Hallo und Willkommen zu einem neuen Experiment der Kinderspielzeugtruhe mit Paul und Christian. Einige von euch hatten sich gewünscht, dass wir mal ein Haus für ein Playmobil zu schneiden und das wollen wir heute auch machen. Ihr seht schon, wir haben hier gerade das Polizeimotorrad gehabt. Als erstes müssen wir natürlich unser Messer, das zugebenermaßen schon ein bisschen dreckig ist, nochmal richtig aufheizen mit unserem Bunsenbrenner und dann können wir hier gleich direkt die ersten Playmobil Teile durchschneiden. Kupfer, Wasser, Pfeffer, Pfeffer, Gewehr, Mögen und Träume, Kupfer, Kupfer, Kupfer und Kupfer, Kupfer und Kupfer. Wir kommen in die Kupfer. Also, wir werden hier in die Kupfer, die Kupfer und Kupfer. Kupfer, Kupfer und Kupfer. Kupfer und Kupfer. 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 Kupfer und Kupfer. Ja, man sieht es gut. Schön rein. Da haben wir das Motorrad doch echt ganz gut zerlegt. In der Familie Bergmann Folge von gestern habt ihr vielleicht schon gesehen, dass wir das Motorrad auch jetzt nochmal für Filme verwenden. Wir haben das also nicht komplett sinnlos zerschnitten. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut da einfach mal hier oben rein. Das müsste ich jetzt hier verlinkt haben. Und dann seht ihr, was wir mit dem Motorrad noch gemacht haben. Ansonsten hat das mit dem Zerschneiden echt gut geklappt. Das ist echt wirklich durchgegangen wie durch so ein Stück Butter. Die Figuren sind kaputt, aber wir werden die auf jeden Fall noch für Filme oder für andere Experimente verwenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Christian. Tschüss.